Haben Sie überhaupt schon mal Hasen gejagt? Ich? Natürlich habe ich schon Hasen gejagt. Ich weiß nur nicht, wohin ich die gejagt habe. Und sagen Sie mal, haben Sie auch schon größere Tiere gejagt? Ja, natürlich. In euren Hirsch, den habe ich mal zu Falle gebracht. Ein 16-Ender. Es war stockfinstere Nacht. Da sah ich ganz deutlich den Hirsch auf mich zukommen. Schon ergriff ich... Das Gewehr? Nein, die Offensive. Oh, und dann fühle ich über einen Astler und Offensive und Hirsch und alles über mich her. Ja, und haben Sie ihn getroffen? Seitdem nicht mehr. So weit aber auch. Sehen Sie mal, da ist doch eine Schnäpfe. Da ist eine Schnäpfe. Wenn die hochkommt, dann knall ich ihr einen vor den Latz. Wenn die hochkommt, dann schießen sie. Ja, du schießen sie, schießen raus. Jetzt schießen sie, schießen sie. Schießen, schießen. Ja, los. Was haben Sie denn? Ich habe den Finger im Abzug. Na, dann ziehen Sie ihn doch raus. Ziehen Sie ihn raus. Das können Verlangen. Schießen Sie doch. Nee, das kann ich doch nicht. Ich bin doch Angler. Ach, dann fangen Sie doch mit Ihrem Lasso. Ach, und da kommt auch noch ein Has. Na nun, na nun, der hinkt ja. Der hinkt ja. Und jetzt kommen Sie von allen Seiten, lauter Tiere. Alle wollen totgeschossen werden. Vorhin war kein A-Star. Und ich kriege den Finger nicht raus. Ich kriege den Finger nicht raus. Ach, wir sind bloß. Und gerade, das ist mein Jubiläumshase. Wieso ein Jubiläumshase? Ja, auf den schieße ich heute zum 25. Jahr. Ja, auf den schieße ich heute zum 25. Jahr.